So, da brauchen wir noch einen 30 Sekunden Pushdown, bitte! Und los geht's! So, da brauchen wir noch einen 30 Sekunden Pushdown, bitte! So, da brauchen wir noch einen 30 Sekunden. Super, danke schön, danke, bitte! Zu den Liedekopf, so sieht ich ja auch! Sieht doch ein bisschen leiser, bitte! Platz 5 für diese Gasse geht an die Startung auf 150 Mario Petrovic. Platz 4, Mario bitte vorhin stehen. Platz 4 geht an die Startnummer 147 Herr Patrick Paducci. Die Top 3, Platz 3 geht an die Startnummer 140 Christian Zahura. Platz 2 geht an die Startnummer 138 Richard Witt. Platz 4 geht an die Startnummer 143 Johannes Berger. Platz 4 geht an die Startnummer 153 Johannes Berger. So, der Micha, Frau Foto-Griss. So, noch einen großen Applaus für diese Klasse. Danke, und der Fürsts Rieb-Griss. Die ersten drei Hände vorbleiben. Fürsts Rieb. Und ein schönes Posing und ein bisschen Smiling für unsere Fotografen. Super, und jetzt sind Gewinner Sieger-Orly. Bravo! Bravo, eine Maschine! Bravo! Super, Dankeschön! Danke! Applaus Graben! Bravo! Graben! 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 Graben!